Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu Day Up Billions, wo wir die Kampagne fast durch haben mittlerweile. Wir sind bei 85% hier unten. Äh, nein, ich möchte nicht nochmal spielen. Und, äh, ironischerweise, ich vermute mal, es geht jetzt hier nach unten noch gar. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Wir haben in der letzten Session noch ein wenig die Mutanten-Tag erforscht. Ob das so sinnvoll war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es war relativ lustig. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir auf jeden Fall nicht alles an Tag freischalten können. Ähm. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Balliste mitnehme oder ob ich das noch sein lasse und lieber das Geld spare für irgendwas, wobei ich nicht mehr wüsste, was ich gerne machen wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Lassen wir uns überraschen. Das Ödland der Giganten. Schlechte Nachrichten erreichen uns von unseren Kundschaftern. In diesem bergigen Ödland wurde eine Gruppe von Giganten entdeckt. Sie haben sich in einem südlich gelegenen Moor gesammelt. Ebenso befindet sich eine weitere Horde dieser Kolosse auf dem Weg zu eurer Kolonie. Sie werden in ein paar Monaten ankommen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu vernichten. Bevor sie ihren Kurs zur bereits im Westen befindlichen Kolonie ändern. So, Energie brauchen wir deutlich mehr. Äh, vernichte alle Infizierten, Koloniebevölkerung 2000, widersetze dich allen Schwärmen und vernichte alle Dörfer des Verderbens. Und es sind 99 Tage. Ja, ist ein Forschungspunkt, auch offen ist mir, aber egal. Giganten, damit sind, glaube ich, die Riesen gemeint. Keine Mutanten wie in der letzten Aufnahmesession. Äh, sondern wirklich Riesen. Äh, 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 äh. Okay. Gut. Gut. Achso. Ich hoffe, du wirst nicht meine Zeit verbrauchen. Letzte Nacht hat ein Geheimnis von Gehirn explodiert. Dass wir da oben Nahrung kriegen. Großartig! Der Train hat auf der Station erreicht. Äh... So, klack. Okay, hier gibt's auch Eisen. Das heißt, wir brauchen jede Menge Sniper. Äh... Das besser wäre gut. Okay. So tired. Letzte Nacht war fantastisch. Ups. Attention! Building completed. Ich muss etwas töten. Slow, aber lethal. Attention! Building completed. Okay, von da oben kommt eh keiner rein. Das heißt, ich muss hier unten das ein bisschen sichern. Ähm... Zack. So, wir wollen erstmal ne große Economy. Ganz wichtig. So, hallo! Schnurri tot. Schnurri tot. Hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Klar, Ultra-Rechtsfall gleich morgen. So. Schnurri tot. Ja, da ist noch ein Tee dran. So. Aber... Trotzdem. Hallo und herzlich willkommen. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Aus der Cooperzeit. Und nee, ist eine Eins. Ah, das seh ich so schlecht gerade, weil das lila ist. Äh, ja, hab ich mir, äh, fast gedacht. Wie geht's dir? Building completed. Lange nicht mehr... Lange nicht mehr, äh, gesehen und gehört. Attention! Building completed. Gut und jo, ein wenig. Selbst. Hervorragend. Kann mich nicht beklagen, momentan. Oh-oh. 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 Attention! Building completed. Attention! Building completed. Attention! Building completed. So. Waren wir's mal so. Ich vermute mal, ich werd' ein bisschen aufpassen müssen jetzt. Dass das hier nicht... ...gleich komplett schief geht alles. ...so. So. Wir bräuchten mal ein bisschen Energie. Energie baue ich da her und dann da oben rein. Beziehungsweise... ...könnt man so machen. So geht's auch. Was? Okay, lass uns das machen. Der Train hat auf der Station gekommen. So. Schreinerei. Attention! Building completed. So. Das ist krass. Wir haben nur neun Arbeiter übrig, obwohl ich so unfassbar viele Hütten gerade habe. Fehlt Nahrung, ne? Ja. Hab ich mir gedacht. Darum erst mal das hier. Truppen erforschen wir gleich. Ich muss hier unten aufpassen, weil unten ist so eine blöde... ... ...ist ein blödes Zombie-Hüttelein. Building completed. Das würde ich ungern in irgendeiner Art und Weise... ...aufwecken wollen. So, ich baue das da hin. Dann können wir ordentlich Sachen ausbilden. Schnurr zurück. Schnurr. San. So, komm her. Okay. Oh, das ist ja beknackt hier. Das Problem ist, ich kann hier kein Tor hinbauen. Ich könnte hier ein Gate hinbauen. Aber ich kann hier keine Mauer hinbauen. Das ist dämlich. Das heißt, ich muss hier relativ weit raus expandieren. Dass ich das hier irgendwie so rumsichern kann. Das ist ja Blade. Das ist wirklich Blade. So. Okay, klatsch. Ich brauche ein paar Rangers, damit ich das Gebiet sichern kann schon mal. So, dann machen wir die Farm. Ach so, da steht sie. So, rein mit dir. Der muss sicherstellen, dass das ein bisschen safe ist, alles hier. So. Forschungstech kommt da hin. Meine Reifel ist bereit. Alles klar. Das brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Sniper. Ja. Ich brauche dich mit dir. Wir brauchen jede Menge... Ich war... Ach, ich weiß übrigens, warum ich keine Dingens hatte. So. Klatsch. Weil ich habe die zwei Windmühlen hier gebaut. Darum hatte ich keine DNS. So, Hütten. Machen wir da oben mal ein bisschen Platz. Einfach so ein bisschen schauen, was da oben ist. Da oben ist nämlich das Ende der Karte. Das heißt, da könnten einige stärkere Zombies auch sein. Oh, ich schicke mich da runter. So. Das ist nur die Frage. Ich müsste... Bis hier runter. Das könnte, glaube ich, zu sein, wenn ich Glück habe. Dann sollte das kein Problem werden. So. Erstmal Ranger. Und dann machen wir den ganzen Rest. So. Klack. Einmal Upgraden. Hahaha. Okay. Das schaut hier eigentlich relativ gut aus. Okay. So. Was haben wir da hinten jetzt noch? Are you sure? Right between the eyes. Okay. Ich glaube, von hier könnte eine Welle tatsächlich kommen. Attention. Technology research finished. So. Mal so. Okay. Ich muss die Hütte da unten platt machen. Sniper attack. Dafür wollen wir Arbeiter. Du wirst mich dafür bezahlen, oder? Okay, wir können das hier, hier eine Mauer hinbauen schonmal. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Zwei, vier, ja, hier passt. So. Äh... Und 200 Kolonisten dafür, okay. So, klack. Also keine Arbeit, aber Kolonisten. So. Warum wollte ich das hier hinbauen, nämlich? Weil dann kann ich hier nämlich das sauber hochbauen. Und hier könnte ich dann relativ gut, glaube ich, Bank und Marktplatz reinsetzen. Du wirst mich dafür bezahlen, oder? Ja. Schaut sie oben aus. So. Dann stellen wir den da hin. So, wir haben Tag 18, kommt die Welle. Äh... Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Okay. So. Hervorragend. Also haben wir das hier gesichert. Das hier müssen wir noch irgendwo absichern. Sniper, bist du bereit? Der Train hat nach der Station. So, wir brauchen Nahrung. So, ich muss das Maximale hier rausholen, was nun in irgendeine Art und Weise geht. Und... Zack. So, also das ist relativ safe dann da oben. Muss ich das hier bloß jetzt irgendwie sichern. Ist nur die Frage jetzt, wie das hier ausschaut. Und... Ich hoffe, das ist hier auch relativ zu, weil dann können wir hier das so rüber bauen. Das wäre relativ gut, muss ich sagen. So. Den schicken wir da hin. So, wir haben unsere Kolonisten. Schauen wir mal, wo bauen wir das jetzt am dümmsten hin. Idealerweise... Idealerweise bauen wir das hier so her. Pass auf, wir bauen das hier so hin. Dann können wir nämlich hier... Achso, warte mal. Wir bauen jetzt... Bin ich im Pause-Modus? Ja. Also wir bauen jetzt hier die Reihe noch voll. Das heißt, hier kann ich es nicht hinbauen. Ich könnte es dann hier hinbauen. Bauen wir das hier eins runter. Dann kriegen wir da noch mindestens eine Hütte hin. Und dann bauen wir die Bank da daneben. Oder vielleicht die Bank dann da oben irgendwie rein, dass wir den maximalen Radius kriegen. Weil dann können wir da rechts nämlich die Gebäude noch weiter ausbauen. Wo war das so eigentlich... Pass auf, ist das so intelligent da? So... Eigentlich ist es so richtig clever. Dann kriege ich rechts, ich brauche hier den Marktplatz hin. Dann kommt das nämlich das ganze Zeug hin. Das passt. Das läuft dann sehr gut. Aber sie muss noch schauen, dass wir da unten jetzt irgendwie die... Die Zombies da platt kriegen. So... Da passt eh nix rein. Äh... Dann nehmen wir fünf... Klar, machen wir es mal so. So... Oh... Jeremy ist eine Stunde vom Galaxy Overlord entfernt. Schön. Das freut mich sehr für dich, Jeremy. Dass du bald ein... äh... Ein Galaxy Overlord bist. Jäger ist... Jäger ist Veteran. Sehr schön. Wo? Ja, dann weiß es nicht. Was? Da. So... Ja... So... So... Hm-hm. Beifall! 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 So, ich muss die unten mal ein bisschen herluren. Weil ich will hier das noch absichern, also wir müssen hier das sichern und da unten... Ach, hier ist der Wetterhahn, okay. Beifall! 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 Ist die Karte da oben zu Ende? Kann das sein? Die Soldaten sind in Trouble. Okay, da oben sind schon kleine Speedy-Zombies. Die Wände sind unter Attacken. So. Okay. Cool, da oben ist zu. Okay, das ist relativ geil. Ops. Das wollte ich gar nicht. Das heißt, du kannst raus, du kannst dann da hin und das können wir alles abreißen da oben. So. Sehr schön, weil da oben ist nämlich nix. Dann sind wir da relativ safe. So. Du wieder! Leben, liebige Leben. Jetzt wollen wir gucken, wie ich das hier baumdümmsten... Äh... Ja, gib mir etwas, was zu schrauben. So. So viele Fälle. Machen wir das so. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass... Okay, der wird unten nicht reinmarschieren. Das passt. So, Steinmetz. Okay, die Karte ist relativ tricky. Wir haben noch acht Tage, das heißt, ich brauche auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es da oben weitergeht. Keine Ahnung, muss man mal gucken. Ich muss auf jeden Fall das hier noch sichern. Dann muss halt das Ding jetzt da unten weg. Ist ja gleich bloß die eine Hütte da. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, ohne Probleme. So. Das müsste eigentlich gehen. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Nahrung. Wobei ich fast behaupte, die marschieren hier oben eh nicht hin, weil von hier oben kommen keine Zombies und die werden hier straight zum Headquarter laufen. Das heißt, die werden hier rumlaufen, würde ich mal behaupten. So. So, schicken wir die mal da rein. So, dann ist das da oben schon mal safe. Dann hier Balliste erforschen. Klack. Das Gebäude da ist platt. Sehr schön. So. Die müssten das da oben auch hinkriegen, ne? Könnt ihr hier mal bitte... Dankeschön. So. So. Ne, kommen sie nicht durch da oben. Ich frage mich bloß, wie ich das da oben alles sichern soll. So. Ha-ha. So, ich frage mich ein bisschen, wie die Karte aufgebaut ist tatsächlich. Also ist das jetzt ein großes Gebiet, was ich dann sichern muss, oder? Wer willst du mich zu verabschieden? Der Sniper ist bereit. Äh. Ich baue mal einen Beobachtungsturm. Also idealerweise würde ich gerne, dass sie alles sichern dann gleich. Weil Ressourcen haben wir mehr als genug dafür. Ich frage mich zu verabschieden. Oh. Oh. So, okay. Ihr Sniper ist in deinem Service. Eine neue Aufgabe. So viele Schmerzen, du musst es lieben. Okay, hier kommt man auf jeden Fall durch, das heißt, ich würde gerne den Eingang hier sichern. Und dann hier vermutlich. Perfekt. Das sichern wir hier. Ja, erzähl mir, was zu töten. Was fehlt? Holz. Okay. Holz ist kein Problem. Holz können wir bauen. Äh, ja. Holz können wir bauen. Hm. Nein, ich meine natürlich, wir können Holz abbauen. So rum. So. Attention, building completed. So. Okay. Oh oh. Oh. Units under attack. You are gonna pay for this, right? Are you sure? Death. Lovely death. A new task. Your sniper at your service. Great idea. No, I'm just kidding. Okay. Attention, building completed. Okay. So, proben wir es mal so. Oh? Okay. Vielen Dank.